Heute stelle ich euch MrBlindlife vor. Erwin stammt aus Hamburg und ist einer der größten Autofans, die ich kenne. Wenn er auf seinem YouTube-Kanal nicht gerade Hilfsmittel für blinde und sehbehinderte Menschen vorstellt, sitzt er mit Sicherheit hinter dem Steuer eines Ferraris. Dass er nur 2% Sehvermögen hat, mag für andere ein Problem sein, aber ihn stört nichts. Was ich bei ihm so cool finde ist, dass er wieder einen völlig anderen Einblick in das Leben eines Menschen mit Sehbehinderung bietet. Darum reinschauen lohnt sich.